Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zwar heute mal die Auflösung vom Gewinnspiel Wir sehen hier 90 verschiedene Leute haben mitgemacht was auf jeden fall übelst krank ist Und der erste Gewinner ist auch schon der liebe Phil Hey ich würde gerne ein T-Shirt von euch gewinnen Weil ich das Design vom ersten Shirt was ich rausgebracht habe Voll cool finde man insofern wäre Der hat jetzt viel Glück an alle anderen Und ja er ist der Gewinner für das T-Shirt Und dann würde ich sagen gehen wir gleich weiter Und wer gewinnt als nächstes und was ist die Frage Flybiker ich möchte das 37 Mudguard gewinnen weil meins broken ist Insta kennst du zwar aber ah Julian Nice 37 Mudguard ist jetzt auch weg Jetzt gibt es das Drecksblech und das Vario Loop Mal schauen wer als nächstes was gewinnt Und zwar Ente44 würde gerne die Vario Loop Dose gewinnen Weil meine Gelenke ziemlich Schmerzen haben Ziemlich Schmerzen haben also wäre egal Insta finde ich es ganz gerne gut Schreibt mich einfach mal an Und dann wollen wir Kontakt drauf und dann schicke ich es dir zu So dann würde ich sagen gehen wir auch schon zum letzten Gewinner rüber Und zwar ist das klein gemein Boom LP Ich würde gerne das Mudguard vom Drecksblech haben weil ich keins habe Und sehr gerne eins haben möchte Instagram Luca05 Wer ist sehr geiler meiner T-Shirt Danke und herzlichen Glückwunsch an dich Und auf jeden Fall danke an jeden der mitgemacht hat In der Zukunft werden auf jeden Fall noch viel mehr gewinnen Spiele jetzt kommen Danke für die Unterstützung in letzter Zeit Und einfach nur krank 2018 War heftig Würde ich sagen frohes neues Jahr euch jetzt Dann sehen wir uns im nächsten Video und ciao Leute